Möglicherweise spielt immer noch dieses Märchen die Runde, dass Elektrofahrzeuge eben nichts für Flächenländer sind, sondern nur was für die Städte. Hallo, hier ist Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität. Super, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, ich zeige euch jetzt mal einen Zeitungsartikel aus der Märkischen Allgemeine. Der ist schon ein paar Tage alt, der ist vom 29. Entschuldigung, vom 28. November und der Titel Brandenburg ist Schlusslicht bei Elektromobilität. Ich habe es euch hier auch mal eingeblendet. Ja, der hat mich jetzt ein bisschen motiviert, mal ein bisschen zu recherchieren. Das heißt, mir den Artikel mal genau anzugucken, genau die Gründe für diese Schlussfolgerung, die hier steht, mal anzugucken und auch mal ein bisschen nachzuforschen, ob das denn auch wirklich so ist, wie es da steht. Schauen wir uns mal den Artikel an. Ich habe euch den Artikel hier mal abfotografiert. Ihr könnt mal so ein bisschen mitlesen. Der Artikel beschreibt eigentlich folgende Situation. Auf der einen Seite beschreibt er die Situation, dass Brandenburg insbesondere in den Jahren 2008, 2009, 2010 große Fortschritte gemacht hat beim Aufbau erneuerbarer Energien und zwar ganz speziell im Bereich Windenergie. Die Windkraft ist also in Brandenburg nach wie vor, auch wenn der Ausbau sehr stark nachgelassen hat, die größte und die stärkste Energiequelle im Bereich der erneuerbaren Energien. Da können wir, denke ich, auch sehr, sehr stolz drauf sein und wir haben ja unter anderem auch in unserem Windkraft Video, das verlinken wir euch auch in den Shownotes, gezeigt, dass das alles mit den Protesten gegen die Windkraft, weil die eigentlich nicht so laut und so schlimm sind und so viele Vögel töten und so viele Insekten töten und so viele Tiere vertreiben, dass das alles irgendwie ein bisschen herbeigedichtet ist und nicht definitiv, definitiv nicht der Realität entspricht. Das Problem ist allerdings, dass Brandenburg zwar im Bereich erneuerbare Energien nach wie vor sehr gut aufgestellt ist, aber im Bereich der Elektromobilität tatsächlich Schlusslicht in Deutschland ist. Man mag es kaum glauben, tatsächlich Schlusslicht. Es geht also hier ganz speziell um den Bereich Elektromobilität. Welche Förderprogramme gibt es da? Und wenn man sich mal das alles anguckt, dann sieht man eben einfach, dass Brandenburg hier im Bereich der E-Mobilität ziemlich auf dem letzten Platz liegt. Wollen wir uns mal angucken. Hier ist auch nochmal dieses Zitat aus dieser Studie. Brandenburg ist gut gestartet, hat aber stark an Boden verloren. Dann gucken wir doch einfach mal in diese Studie herein. Diese Studie habe ich euch auch verlinkt. Ihr findet die Studie und die Webseite dazu in den Shownotes unten. Und diese Grafik hier, die sieht ja erstmal auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Sie zeigt nämlich Brandenburg hier auf dem 1, 2, 3, 4, 5, auf dem sechsten Platz. Wenn man sämtliche Indikatoren dieser Studie zusammennimmt. Schaut man aber ein bisschen weiter in der Studie, dann findet man hier im Kapitel 3, 2, 1, 4 Förderung der E-Mobilität Brandenburg richtig weit abgeschlagen. Ganz weit unten auf dem allerletzten Platz. Und es gibt sogar nochmal einen deutlichen Abstand zu dem vorletzten, nämlich Sachsen, der hier mit 0,79 Punkten berechnet wurde und Brandenburg nur noch bei 0,48. Das heißt also, selbst wenn man sich die letzten drei Bundesländer, das Saarland, Sachsen und Brandenburg hier anschaut, dann gibt es selbst zwischen dem letzten und dem vorletzten nochmal einen deutlichen Sprung nach unten. Berlin liegt in der Mitte mit 2,01 Punkten. Baden-Württemberg mit 3,23 Punkten. Ganz weit vorne. Was waren denn jetzt die Indikatoren speziell? Warum ist Brandenburg hier so abgerutscht oder richtig weggebrochen? Und zwar geht es ganz allgemein darum, wie wird in Brandenburg Elektromobilität gefördert? Wird es überhaupt gefördert? Gibt es irgendwelche Förderprogramme? Gibt es irgendwelche Ziele, die man sich gesetzt hat, speziell für die Elektromobilität? Und hier muss man einfach feststellen, dass Brandenburg hier eigentlich so gar nichts liefert. Und hier nochmal die einzelnen, die Punkte nochmal der letzten drei. Brandenburg mit 0,48 Punkten ganz weit abgeschlagen. Ja, das ist natürlich ein ziemlich krasses Ergebnis. Und meine erste Reaktion war, ich habe an die Anlauf- und Koordinierungsstelle Immobiles Brandenburg geschrieben. Hier ist Frau Judith Fiukowski und Herr Lennart Mumm, die beiden Akteure. Ihr kennt die beiden auch aus einem etwas älteren Video schon, wo ich sie schon mal zu dem Thema interviewt habe. Sie waren auch Gast bei uns zum Tag der Elektromobilität. Und ich habe sie mal gefragt, wie sieht das eigentlich aus? Wie sehen sie das eigentlich? Stimmt das eigentlich so? Oder was ist ihre Meinung dazu? Eigentlich wollte ich ein Interview mit den beiden machen. Das war ein bisschen, das gestaltet sich ein bisschen schwierig. Aber die Aussagen, die ich von Frau Fiukowski bekommen habe, die kann ich hier in diesem Video schon mal so verarbeiten. Deswegen zeige ich euch hier mal Ausschnitte aus ihrer Antwort. Ich habe die wesentlichen Punkte hier mal in gelb markiert. Und zwar schreibt sie, ja, es ist richtig, Brandenburg ist im Bundesvergleich Schlusslicht, weil Brandenburg einfach die Elektromobilität nicht oder beziehungsweise kaum fördert. Brandenburg hat in der Energiestrategie halt nur ein Gesamtziel für den Verkehrssektor ausgewiesen. Das heißt also nicht nur E-Mobilität, sondern den gesamten Verkehrssektor. Und hat keinen eigenen Plan und keine eigene Strategie für das Thema Elektromobilität aufgelegt, so wie zum Beispiel Thüringen das gemacht hat. Allerdings, ganz so nackt steht Brandenburg auch nicht da. Frau Fiukowski verweist auf das REN-Plus-Programm, mit dem zum Beispiel öffentliche Ladeinfrastruktur gefördert werden kann. Das heißt Gemeinden, Städte, Kommunen, die Elektromobilität, Ladeinfrastruktur fördern wollen, und die müssen nicht unbedingt auf das Bundesprogramm zurückgreifen, sondern die können auch auf dieses REN-Plus-Programm zurückgreifen. Was Brandenburg nicht hat, ist ein spezielles Förderprogramm oder sind spezielle Förderprogramme, so in Berlin zum Beispiel das WELMO, also wirtschaftsnahe Elektromobilität. So etwas gibt es in Brandenburg nicht. Das heißt also Firmen, Gewerbetreibende, Flottenbetreiber usw. bekommen in Brandenburg null Förderung in dem Bereich. Sie schreibt allerdings auch weiter, dass der Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung in Brandenburg hier ein wenig Hoffnung macht, dass hier nochmal nachgearbeitet wird und es Strategie erarbeitet werden soll, speziell für den Verkehr. Und man kann nur hoffen, dass dort dann auch E-Mobilität speziell ausgewiesen wird. Beim Vergleich Ladepunkte pro Anzahl PKW merkt Frau Fiukowski an, dass man bei der Studie, die übrigens von der Agentur für Erneuerbare Energien veröffentlicht wurde, anscheinend den gesamten PKW-Bestand herangezogen hat und sie macht darauf aufmerksam oder stellt die Frage, ob das so sinnvoll ist, ob es nicht eigentlich sinnvoller wäre, nicht den gesamten PKW-Bestand zur Anzahl der Ladestationen ins Verhältnis zu setzen, sondern ob es nicht besser wäre, Elektrofahrzeuge, also sprich batterieelektrische Fahrzeuge und auch Plug-in-Hybride dort ins Verhältnis zu setzen, dann wäre es ein bisschen anders. Im ostdeutschen Vergleich liegt Brandenburg hier auf jeden Fall vorne. Das ist schon mal so ein kleiner Lichtblick. Wie sieht es aus mit Förderprogrammen oder mit Ladeinfrastruktur in Brandenburg? Da ist es so, es gibt also im Moment 379 öffentlich gemeldete Ladepunkte. Das sind nicht Ladesäulen, das ist nicht die Anzahl an Ladesäulen. Ihr wisst ja selber, dass jeder Ladepunkt in der Regel zwei, wenn nicht sogar drei Anschlüsse hat. Und es gibt, das sind in der Regel oder in der überwiegenden Anzahl sind das Normalladepunkte, sprich AC-Ladepunkte mit 22 kW. Es gibt aber auch schon Schnelllader mit 50 kW und auch schon verehrte Superschnellladestationen mit über 100 oder bis 150 kW an Autobahnen. Hier wird sie sicherlich die Ladeinfrastruktur von Fastnet ansprechen. Insgesamt werden 300 Ladesäulen ausgewiesen, die 24-7 genutzt werden können für Brandenburg. 200 weitere Ladesäulen, die nur zu bestimmten Öffnungszeiten verwendet werden können. Das Ganze ist auf jeden Fall ausbaufähig. Es ist ganz klar, wer die Karte von Going Electric kennt und sich Brandenburg anguckt, der sieht da noch viele, viele weiße Flecken. Frau Fjolkowski weist dann auch noch mal in ihrer Antwort auf das REN-Plus-Programm hin, mit dem hoffentlich in naher Zukunft noch viel, viel mehr Ladestationen in Brandenburg dann entstehen werden. Auf der Seite Immobiles Brandenburg, habe ich euch hier mal eingeblendet, sind diese Programme noch einmal aufgeführt, auch mit entsprechenden Links, um sich weiter durchzuklicken. Und auf der Seite Immobiles Brandenburg gibt es natürlich auch noch mal die Beschreibung sämtlicher Bundesförderprogramme. Na gut, dann gehen wir mal noch mal ein bisschen ins Detail. Wie sieht denn das eigentlich aus mit Elektrofahrzeugen in Brandenburg? Und da könnt ihr sehen, da haben wir der Bundesdeutschen Linie, das ist diese graue Linie mit den quadratischen Markierungspunkten in Brandenburg eigentlich den gleichen Weg, nämlich es geht steil nach oben. Die Anzahl an Ladepunkten in Brandenburg nimmt also stetig zu. Das ist schon mal gut, aber es ist eben insgesamt im Vergleich auf einem deutlich niedrigeren Niveau, als das in vielen, vielen anderen Bundesländern der Fall ist. Die Veränderungen im Fahrzeugbestand nach Kraftstoffen, das ist auch natürlich ein sehr schönes Ergebnis, aber wie gesagt auch auf einem anderen Niveau, nämlich dass die prozentuale Zunahme von Fahrzeugen mit Elektroantrieb in dem Zeitraum 2010 bis 2017 um über 980 Prozent zugenommen hat. Das ist unter dem Bundesdurchschnitt, das hat immerhin zugenommen. Die Anzahl an Hybridfahrzeugen hat um 386 Prozent zugenommen. Auch hier allerdings ein deutlicher Unterschied zum Bundesdurchschnitt, nämlich da sind es knapp 530 Prozent Zunahme. Was man aber leider in Brandenburg auch sagen muss, ist, dass hier überproportional der Diesel zugenommen hat. Also wenn im Bundesvergleich der Diesel um 30 Prozent zugenommen hat, dann ist es in Brandenburg sogar 38 Prozent. Das ist definitiv keine gute Entwicklung, denn das heißt, dass in Brandenburg auch noch über die nächsten Jahre viele, viele, viel zu viele Dieselfahrzeuge unterwegs sein werden. Möglicherweise spielt immer noch dieses Märchen die Runde, dass Elektrofahrzeuge eben nichts für Flächenländer sind, sondern nur was für die Städte. Das ist natürlich kompletter Unfug. Ja, im Land Brandenburg hatten wir also 2017 einen Bestand von rund 1,7 Millionen Fahrzeugen. Davon waren knapp 580.000 Diesel, knapp 1,1 Millionen waren Benziner und 28.000 waren Fahrzeuge mit sogenannten alternativen Antrieben. Dazu gehört Flüssiggas. Ob das jetzt als alternativer Antrieb gelten kann, wage ich mal so ein bisschen in Zweifel zu ziehen. Erdgas, das ist auch überwiegend natürlich fossiles Erdgas, was hier gefahren wird und das, was, sagen wir mal, vielleicht wirklich eher in den Bereich alternativer Antriebe geht, nämlich Elektro- oder Hybrid- oder sonstige Kraftstoffarten, wahrscheinlich ist auch Wasserstoff damit gemeint, sind von 1,7 Millionen Fahrzeugen gerade mal knapp 10.000. Sicherlich inzwischen ein bisschen mehr. Die Zahlen sind ja von 2017. Aber ein sehr, sehr, noch ein sehr, sehr geringer Wert mit Ausbaupotenzial. Deutlich besser, habe ich vorhin schon angesprochen, sieht es in Brandenburg aus mit dem Anteil der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung. Denn der lag 2017 schon bei nahezu 90 Prozent. Und das Ziel 2030 100 Prozent zu erreichen, ist also wahrscheinlich schon so gut wie erfüllt, wenn auch nur noch vielleicht ein bisschen was fehlt. Das heißt, trotz der großen Mengen an Strom, die aus Braunkohle in Brandenburg gewonnen wird, der allerdings überwiegend exportiert wird, versorgt Brandenburg seinen eigenen Bedarf schon überwiegend aus erneuerbaren Energien, stark überwiegend aus erneuerbaren Energien. Das ist sicherlich auch ein Punkt, warum sich Tesla dafür entschieden hat, nach Brandenburg zu kommen. Denn hier kann man wirklich mit einem sehr, sehr großen Anteil an erneuerbaren Energien im Netz rechnen. Und die 100 Prozent, die sind eigentlich so gut wie erreicht. In manchen Landkreisen in Brandenburg, in Potsdam, Mittelmarkt zum Beispiel, ist das auch schon erreicht. Und ich habe es ja in einem sehr alten Video auch schon mal gesagt, dass im Netzbereich der Edis also auch schon wir über 100 Prozent sind. Und ja, jetzt ist natürlich die große Frage, was kann man jetzt denn an, wie soll ich sagen, was kann man als Schluss aus der ganzen Sache ziehen? Also das Verrückte ist eigentlich aus meiner Sicht, dass wir in Brandenburg wirklich die aller, allerbesten Voraussetzungen haben, dass Elektromobilität hier ein Riesenerfolg werden kann. Denn wir haben nun mal diese großen Mengen erneuerbarer Energien. Wir können das auch noch weiter ausbauen, ohne dass Menschen davon belastet werden. Ob es Windkraft ist, ob es Biomasse ist, ob es natürlich auch die Photovoltaik ist, Speicher, alles ist hier in Brandenburg möglich. Und demgegenüber stehen natürlich diese noch sehr starke Zurückhaltung beim Kauf von Elektrofahrzeugen. Und was mich viel eher eigentlich stört, ist diese große Zurückhaltung bei immer noch vielen Bürgermeistern, Gemeinden, Städten, die diesem Thema E-Mobilität irgendwie nicht so richtig über den Weg trauen. Warum auch immer. Übrigens in der gleichen Ausgabe der Märkischen Allgemeine, bei der dieser Beitrag war über Brandenburg, über den ich eben berichtet habe, ist hier nebenan, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, hier ein Beitrag. Und im Inneren war noch ein größerer Teil dazu, dass es in Brandenburg in einigen Landkreisen an Klimaschutzmanagern fehlen. Die suchen die Landkreise und die Städte suchen händeringen Klimaschutzmanager. Und ja, wenn ihr vielleicht dabei seid, euch beruflich umzuorientieren und vielleicht Lust habt, Klimaschutzmanager zu werden, wenn ihr das könnt, wenn ihr die Qualifikation mitbringt, in Brandenburg habt ihr beste Chancen. Ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass so wenig im Bereich E-Mobilität läuft, weil einfach die Beratung nicht da ist? Ja, ich wäre auf eure Meinungen dazu gespannt. Kann man also nur hoffen, dass es in Brandenburg jetzt mal richtig zündet, gerade jetzt, wo Tesla sich angekündigt hat, gerade jetzt, wo auch Warta sich angekündigt hat, ganz neu. Also jetzt muss man schon wirklich irgendwo ein Brett vorm Kopf haben, wenn man immer noch der Meinung ist, Elektromobilität, das geht sicherlich irgendwie wieder von alleine weg. Das ist irgendwie nur so ein Zwischenfieber, durch das wir mal gehen und dann wird alles so bleiben, wie es ist. Das wird so nicht passieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr mir da hier gefolgt habt, durch diese vielen Folien und Grafiken. Ich hoffe, es war doch für euch interessant, sich das mal so anzugucken. Wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert und die Alarmglocke klickt, damit ihr informiert seid, wenn es von uns ein neues Video gibt. In dem Sinne sage ich Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.